äh ich glaube gut wäre auch noch einfach mal Schwertkampf nehmen wir kämpfen ja auch teilweise mit dem Schwert und dann noch äh Athletik genau nehmen wir einfach Athletik gebt einen Namen für eure selbst definierte Klasse ein selbstbestellte Klasse ne ähm Kampf Magie ja man kann nicht Kampf Magie eingeben so viele Zeichen gehen nur sehr toll Magier Troll keine Ahnung was der Name für den Sinn ergibt aber passt glaube ich genau rein Jep bitte du das erstellen jetzt sind wir Magier Troll mit dem Bild von einer Barde was auch sehr viel Sinn ergibt ja egal seitdem ihr wieder folgendes sagen möchtet Magier Troll ja wirklich das hätte ich nie erraten echt ich glaube trotzdem dass ihr mit Ratten und Goblins leicht fertig werdet ja der hätte auch sagen können oh da war ich ja nah dran oder wusste ich doch wenn es halt genau richtig war durch die Abwasserkanäle und dann ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen macht euch sofort auf den Weg zur Venom Prüherei aber seid vorsichtig alles klar ok gut der Kaiser tat gut daran euch zu vertrauen was mit euch was werdet ihr tun ich bleibe so bewache ich den Kaiser und stelle sicher dass euch niemand folgt macht euch lieber auf den Weg möge euch Talos leiten übrigens vielen Dank für die Bergung von Captain Renaults Schwert nein ich werde dafür sorgen dass es einen Ehrenplatz in den Hallen der Klingen bekommt wohl ja jetzt haben wir Renaults Schwert nicht mehr aber hä der Typ hat da auch noch ein Schwert hm wo ist das Schwert von dem Typen denn gibt's das jetzt nicht mehr ist das jetzt weg weil ich schon mit dem gesprochen habe ja wir hätten beide Schwerte abgeben können aber das Schwert von ihm hier Glenroy finde ich jetzt nicht hm liegt vielleicht wirklich liegt anscheinend wirklich daran dass wir schon mit Barros geredet haben ok den Kaiser können wir übrigens nicht ausräumen also plündern also ne schnell bei schaden yay jetzt haben wir alles gemacht was wir noch mit Klassenerstellung und so machen mussten so jetzt können wir auch mehr tragen wie man sieht Tür geöffnet mit Barros Schlüssel oh Moment mal ja wir haben jetzt gar nichts mehr an also Waffe ja ihr seht schon das macht jetzt schon mehr Schaden oh der hat der hat der hat der hat der hat äh haben wir was drunter ne pfff fuck it I don't mind gehen wir in die Ablössekanäle äh ah ha war hier unten nicht ne Ratte na anscheinend nicht wir können auch so spielen aber da haben wir kein Fadenkreuz deshalb finde ich das nicht so toll aber angreifen so mit dem Schwert ist das dafür ist das okay seht so oh der war gut der war gut Moment mal schwere Rüstung ist das ne schwere Rüstung ich dachte das ist ne leichte Rüstung hm komisch egal machen wir wieder eine A äh 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 ja eco